auf youtube ja aber ich hatte schon mal vor oder gibt das in einem bot ein ich habe den bot noch nie aktiv deswegen lasse ich das auch erst mal ja warte dann mache ich deine youtube sling von deinem kanal darf ich meinen kanal auch posten danke kannst du machen da will ich gemeint läuft wenn wir na hier was mein kanal kannst du doch ohr mann rüsten hallo 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 warte werbung 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 ja wenn werbung kommt dann heißt es dass stream ist naja ja du bist ja ich sehe mit ich sehe mich selbst gesagt jetzt selber zu beim spielen so stimmt ich habe ja ich habe ja ich muss ich muss ja übers handy machen über den rechner hatte ich nämlich schon mal das problem gehabt dass ich nämlich gestreamt habe das auf dem rechner lief und ich kompletten beschissenen stream hatte bbbbbbbbbbbbbbbbbbb also ich habe nur um warum hast du ohr ovm keine ahnung mann willkommen im chat so zack zack reintritt kann ich sein kann kann man das eigentlich einstellt das gleichzeitig aufnimmt und spielt macht doch sogar cool gg nee das wollte ich nicht wollte wo ist jetzt mein plug-in für die tastatur plug-ins g15 tasten ab egal einer ich habe irgendwo was man hört aber diese zehn sekunden verzögerung wirst du na ja deswegen habe ich beim mit in turner ausgemacht da willst du hast du mich eigentlich schon bei 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 loll trainer negativ na dann such mich doch mal ja warte ja ich will mal gucken ob das funktioniert mit dem automatischen plug-in dass es automatisch wechselt automatisches hinwechsel ich habe nämlich so ein plug-in bei mir drinnen und ich werde mir demnächst mal einen vga kabel kurven wenn ich meinen zweiten fernsehen anschließen kann ich starte jetzt ein vga kabel bei der umlegen irgendwo müsste ich eins haben ich habe minimum zehn ja schon gut meins vorbei ooooh eilig musik deaktivieren was ist noch mal mein passwort du hast da du hast da gerade ein riesen problem du hast die zwillings direkt hintereinander gepostet ja voll negativ ne ja ja das ist so scheiße irgendwie ich muss oder so irgendwann mal ich kann eigentlich mein channel name mein 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 url ändern aber ich weiß noch nicht was ich die andere dann mache ich das einmal so ich teste noch alles immer noch durch testet noch einmal negro ja ja so irgendwie du hast das ist das ist gelingt das ist kein nichts kann alles nicht vorhanden wo bei dir naja im chat wenn ich drauf klicke dann ja bei dir kommt bei dir funktioniert und bei mir auch kann alles nicht vorhanden doch ich kann auch beide kanals drauf ok so kopieren nein ich weiß mein passwort nicht mehr von was von was von was von lol oh nein sub mit oh lol ok ich bin eingeloggt irgendwo ach ach nee muss ich erstmal muss ich mal gucken wie ich das mache bla 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 image to live to DON naja ich hab das ist das ist das ist das verlassen eines matches auf kargen endet ja ich stimme zu geht klar ok negro dann so richtig jetzt mal ja noch das macht das ist nur die frage wie suche ich du gehst auf zack dann auf freund hinzufügen dann hast du eben halt die finden wir beschworen haben okay ich muss zehn sekunden warten weil da unten freund hinzufügen 12 aufrufe vor zehn stunden habe ich das hoch gesetzt was der antrag bekommen ja stufe fünf ja als neue account kollege oh gott das kann ja was werden zuletzt gespielt schade sehe ich gerade nicht das kann ja was wären du einladen halt soll ich annehmen ja musst du wissen ob du es annimmst oder nicht wusste nicht dann level 5 jetzt zeigen wir mal wie ich mit level 30 spiele habe ich das eigentlich eingestellt hat irgendwie folgen drei ok wir gucken jetzt gerade dazu ach so bin jetzt wie immer ich ich will mal gucken ob das mit dem szenenwechsel funktioniert mit dem automatischen t47 12 ist nämlich automatischer mädchen deja μαke CO-IS-IT ich bin jetzt mal gespannt b b, 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 rele! 15 melts na kann ich ja nämlich rausgehen mit 2000 Kilobits lade ich hoch Suche nach Spieler, 5x5 Irrgerlich, irrgerlich, irrgerlich So ist das, ne? Ja, das blöde ist eben halt, dass du erst Level 5 bist, deswegen dauert die Suche jetzt ein bisschen länger Die Katte hat ja auch ungefähr vor einem Monat angefangen mit League of Legends und die ist jetzt Level 30 Ne, ich hab ein Deutsch für Level 8 Ja, Match gefunden Erstmal meinen DPI ein bisschen höher stellen bei der Maus Spiel wurde ausgehört, oh man, ich hasse das Ich hasse das auch Gelesen, Fallout, Schalter, interessiert mich jetzt auch Wieder ein Spiel gefunden Ja, hat wieder abgelehnt Oh Gott, die Leute, entweder bist du gefickt oder die Leute sind am abkotzen Wie sollen wir mal, ähm Ne? Oh, ja, jetzt kommt Ich hoffe, es läuft jetzt Ja, Mann Bitte Werde Teil der glorreichen Evolution Oh, welche war das nochmal? Die Ja, hau rein, bestätigen Ähm, ich hab immer noch drei Zuschauer, LOL Sachen gibts Wir holen uns den Sieg, Kollege Aber der Sound geht mir jetzt schon wieder voll auf den Sack, ne? Naja, kannst du aber auch überstellen eigentlich Ja, ist ein bisschen gut, ob du gehst, ja Das guck ich mal kurz bei Steam, was ich sterbisch weiß, ob der Zuschauer ist Ne, doch nicht, ich dachte, Bertolf ist das gewesen, aber ne, ist auch nicht Ja Schade, schade, Schokolade Mach dich bereit, gleich beginnt der Kampf Oh mein Gott, mein Bild ist weg So, mal gucken Drei, zwei, eins Ich hasse diesen Delay von zehn Sekunden, ohne Witz Eigentlich müsste er das jetzt gerafft haben Dunkelbild schon beim Stream Mal gucken Dun, 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 dun 97, 98 Okay, dann muss ich nochmal kurz Hergucken Switch der, switch der, switch der Ich weiß es noch nicht Also ich hab grad beim Streamen einen schwarzen Bildschirm Yep Das ist nicht schön, das ist nicht schön Ne, das ist scheiße Was im Sinne des Wortes Man kann Götter anrufen Ja, dann telefonieren Ja, mit STRGE beim alten Altar Ja, ich hab ein, ich hab ein, äh, Dings Beweglichen Altar dabei Boah, auf wem müssen wir denn noch warten Äh, ach du scheiße, auf Amomo Äh, gegen Weigau Ne, doch nicht Gegen Wehnten Gegen Wehger oder gegen Reffen Wehnt von den beiden Let's stream Okay, es geht Nein Äh, du Ne Bildschirm ist schwarz Guck ich da mal nach Ne, nicht die Szene 4 Quellen Gameaufnahme LOL 2 Okay Ligafletschens Klient Jo Okay Willkommen Es müsste es eigentlich schon klappen Dann da warten wir jetzt einfach mal Ich schaffst du mindestens, dass es klappt Weil sie immer das Ja, außer laut, laut, äh ÖPS funktioniert Jetzt Jetzt Also ich bin mir noch nicht so sicher, warum ihr so lange gebraucht habt, Dommer Was? Wie habt ihr lang gebraucht? Der Dommer hat er lang gebraucht Bei was denn da? Ja, um Level 10 zu werden, ich bin jetzt schon Level 8 Ah ja, Angeber Nein, wir haben noch nicht so lange gezeugt, das war's Ja, wir haben gestern und vorgestern, äh, wir haben gestern und heute gespielt Ja, aber maximal eine halbe Stunde, wenn überhaupt eine halbe Stunde insgesamt Was? Was? Bald ändert sich alles So, Herr Niclo, wo bist du denn? Acht, du bist da oben Ich bin in der Mitte, weil 3 BOT ist eigentlich sind das Grifens eigentlich in die Top geht Die, was geht? Top Was heißt das? Na, oben auf die oberste Lähen Ah, verdammt Bim Ja, treffend musst du schon, ne? Spinner Achtung, der Turm schießt auf dich Äh, erstmal wieder reinkommen, mein Freund Na, das spiel ich eigentlich ab und zu mal so, eigentlich so Just for Lois, verstehst du? Oh, jetzt gibt's das mehr aber, jetzt gibt's das mehr aber Die, 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 die Alter, mir geht das Lied nicht mehr aus dem Körper Ich weiß auch nicht mehr, welches Lied Das ist von Final Fantasy VII, wenn man gewonnen hat Ja, ja, ich weiß die ddpdpdpdpdpdppdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp die 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 Schade durch einen Schuss für die gegen die Zivilgeschaft und für Schwein schränkt werden noch ein Schumarschhaus Bad Dreckige Fotter, Alter. Ich hab's bis zu zwei Balken down gekriegt. Ja, denk dran, ich bin grad am streamen und gleichzeitig auch immer aufnehmen, da. Nochmal so am Rand da. Ja, läuft. Ich bin ja mit überlegen, ob ich nämlich auch bei YouTube hochladen. Ja. Bei YouTube. Ja. Weil ich das streamen und gleichzeitlich aufnehme. Okay. Sag Bescheid. Du musstest nämlich beim Render nämlich rausschneiden die Bösen oder verstehst du? Nein, nein, ich beherrschte mich. Sie wird mir aber angezeigt, dass es drei Zuschauer sind. Ja, weil ich mit Handynaufzug schaue. Aber wieso denn, wieso denn dual? Das ist, das ist, na gut. Ethnische Perfektion. Ah, fein, fein der Spruch von den, ne? Ethnische Perfektion. Das klingt irgendwo ein bisschen harte. Diese Schlampe. Ey. Kotz mich das jetzt an. Habe ich schon gesagt, du musst den mal ein bisschen üben. Ich würde das, das ist schon verdammt lange her, dass ich das gespielte, weißt du. Das ist mein Problem. Ich bin natürlich so, dass ich das alleure. Du musst mal fragen. Aber... 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 Das läuft. Ja, hol den Killkollegen. der kollegen wer bettet schon jetzt ist es gesetzt es hat uns gilt was sie mit nur zur Notung kommt so gut und team was ich jetzt für die bildschirm offen für die für die spielaufnahme extra noch ein extra szene machen das mache tun na gut vielleicht mal gucken was jetzt passiert ich habe stand mit kollegen bei was jetzt bei dir beim stream jepp die szene gewechselt hat mal gucken wann das mal gucken wann das aktualisiert wird weil wie schon gesagt ich guck so oft ich habe nämlich kommt das ist das verfahren es läuft trotzdem weiter funktion wenn du was so ein satierfunktion bei dem spiel ja super das ist das war das viel läuft weiter ich muss muss ich mich mal einlesen da bei 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 diesem szenen wechseln wenn man das ordentlich einstellt und sonst möchte ich möchte ich die szene muss er wechseln mannanana Wie viel Form hast denn du? 19 Form! Was? Wer hat 19 Form? Ja, der Walga, mein Gegner. Okay, warte mal, hab ich immer noch Stammfeld bei dir. Rein, Tirit, schläft das Stream schon. Boah, aber das ist knapp. Wo ist denn eigentlich Amumu hier? Auch dort oben ist der. Oh, the fuck war das knapp. Ich glaube, das nächste Mal musst du mich einladen zu einem Spiel. Ne, Minions, so macht man das. Armleuchter. Ich bin der Erste von vielen. Also ich hab' mir gesagt, bei mir läuft das Stream einwandfrei weiter. Okay. Ne, tschi-tschi. So, jetzt muss ich mal zurückgehen, Spruch. Ach, brauch' meinen zweiten Staff. Ne, ist in Ordnung. Ich zieh' dir mit inneren Attacken mehr ab, als du denkst. Na, Gott, das Gravitationsfeld war jetzt mal komplett von Arsch. Schüsste, soviel schaffst du nicht mit inneren Attacken. Und den muss ich jetzt erstmal heilen. So, das war total klingend. Da, das war so gut. Aber das war so gut. Das war so gut. Du lullst. Dann bist du mir die Stiftung. Du lullst. Ich würde es dann mit Zugang kaufen, das glaubst du gar nicht. Dieses, 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 dieses After Dark von City Skylines. Ah, shit, ich habe nie gekneidet. Nicht, dass er mit einer Combo ist, dass er sowas von Leute, dass er wieder zurückgehen muss. Ich habe nämlich gerade eine E-Mail von GameLaden gekriegt hier, wegen Skylines After Dark inklusive ein Premium-Key für Steam. Ich muss sagen, ich bin die Köln-Zutzen, ich bin die Köln-Zutzen, ich bin die Köln-Zutzen. Ich hätte auch gern gern das so gespielt, aber auch werden zu viel ab. ADK, Mann, 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 Mann. Auch B tut noch mal begriffen, gell? So, ich kann mit letztendlich vom Stab-Ausbau-Kurven. Ich freue mich. Mit der S.S. Lerner Ostern und Fehler. Ich mache keine Fehler. Äh, doch, du machst du doch Fehler. Was? M-I-D-S-S. Na, Mitte, S-S, Mitte fehlt. Was muss ich sagen, die Streaming-Covidity, die ich ja habe, die ist eigentlich schon ganz gut, oder? Jo. Kann man nichts zu sagen mehr, also kann man nicht schmeckern. Schön, 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 ja, gefällt mir. Ich bin stolz. Ich glaube, ich wäre immer streamen, wenn ich Loll spiele. Ich bin stolz. Ah, tatsächlich, ich glaube, ich bin wirklich schneller jetzt. So macht man das. Ein sauberer Schnitt und dann ein Double Kill erzielt. Das ist wie eine Laser-Operation am öffnen Herzen. Einfach mal eiskalt, du Schnitz. Ich gucke sie dir kurz vor den Dusch. Du Schlampe, Alter. Ich bin stolz. Ach, du bist noch Um- auf- auf- nehmen. Ja, Stream schrägstisch aufnehmen. Das ist korrekt. Sorry. Sorry. Ich square. Einst du ja nichts gegen Frauen. der Besoldete in Kalamier ja 3 0 steht für mich um ein Fernsehen losgeht wo ist meine Fernbedienung auch hier muss auch kurz nichts in der Sonne spazieren gelaufen die Fernbedienung die spazieren gelaufen ne ich habe hier eine ganz komische Konstruktion als ich hab meinen Tisch mit dem Fernsehen drauf ja tisch vor dem tisch habe ich den neben dem tisch habe ich ein rechner stehen neben dem rechner neben den tisch abstellt neben dem tisch ab ich dann man kann so stehen ja gut eine zocker höhle jetzt jetzt wieder spielen die technische perfektion ach so mein stopp ist es schon ausgebaut just for the loss ich bin irgendwie zu unterlevel sind wir nicht alle ein bisschen zu unterlevel jetzt habe ich jetzt steht wieder treibler dass ich drei hätte naja egal vielleicht habe ich dann hallo vielleicht habe ich kein dann kein hallo da kannst du doch dann hast du auch hallo komm her du Drecksack du bist meins mal gucken ob ich schaffe das hat die von der will der Welt verschollen die Klinik findet man die dritten ist so krass die ist die ist doch gilt durch mal im blöden die 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 alle das stream der legte entdeckte das hängt extremst nach er hat zehn sekunden mehr länger als zehn sekunden da ist er tausend 400 Leben und gut so muss man Arne Kro um he schon ein bisschen geholfen ein bisschen geholfen, ne, weil, warum, ne 8, 7, der Riffen, holy moly Ich bin der Erste von vielen Euer Team hat einen Turm zu stürmen Ich kann ja mal wieder Sachen verkaufen mit einem Interprop der Fall von dem Traum Mori doch vor Eheh Liesbeport nehmen auch ein Schild wiesen mit Wersen Neymar so eine Ahnung mit mit Machen wir noch ein Uldi auf den Tragen, weil warum, ne Ich könnte, ich könnte, ich könnte Ne, ne, ich weiß nicht ob ich das hochleide auf Youtube, mal gucken Bin ich, bin ich echt noch am übergrübeln Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne, mein Freund Richtig, ich wage nie, das gewinnt, ich auch nie Das darf doch nicht wahr sein, ey, das ist so eine schlechte Runde Also für mich läuft es ganz gut, 192 Schwaben, 4 zu 0 Eigentlich renne ich so durch mit der, die ist eigentlich, wenn man die gute Einsätze Ich hab, ich hab den meisten von allen Alter, das ist ja krass Vielleicht den meisten von allen Auf dem, auf dem Richtfeld hier Oh, GG Das war mal ein geiler W Ah, da hab ich mal Premium gesetzt gerade Ich bin richtig stolz auf mich, glaubst du nicht, ne Ist richtig Ist richtig, ah, epic Analysiere Vorgehensweise Scheiße Hallo Neco Toch, schuldig, wir müssen wechseln Ging aber nicht, ne Ging nicht, das ist mies Läuft's eigentlich schon auf der Pott Läuft's eigentlich schon auf der Pott